Die Gabelstapler im Gerken Mietpark sind mit Batterie, Gas oder Dieselantrieb erhältlich. Viele Modelle sind mit abriebfreien Reifen ausgestattet und hinterlassen auf empfindlichen Untergründen keine Spuren. Die ergonomischen Bedienelemente machen die Benutzung der Maschine sehr einfach und schnell erlernbar. Die Gabelstapler sind standardmäßig mit einem Seitenschieber ausgestattet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020